Hallo, schönen guten Abend. Christian Orsi-Trupkowitsch mein Name, aus der sportlichen Leitung beim Verbandsligisten Viktoria Kelzerbach. Meine Top 3 aus meinem bisher 41 Jahren Fußballerleben sind als C-Jugendspieler 1983 die Vize-Hessenmeisterschaft erreicht, dann von 1995 bis 2011 meine 16 Jahre beim 1. FC Lorsbach, davon 11 Jahre als Spieler, ein Jahr Doppelfunktion, sportlicher Leiter, das waren dann 6 Jahre im Vorstand und mein drittes Highlight ist mein Engagement seit Sommer letzten Jahres, seit 2015 in der sportlichen Leitung bei Viktoria Kelzerbach. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Orsi. In diesem Sinne, ciao, euer Orsi-Trupkowitsch.